Ich stehe heute hier am Gründungsstandort zum Double Group, wo 1950 die Grundsteine unseres Unternehmens gelegt wurden. Pünktlich zum 70-jährigen Firmenjubiläum haben wir an diesem Ort unser neues Lichtforum eröffnet, wo wir auf 4.000 Quadratmeter unsere Kunden und Partner herzlich willkommen heißen dürfen. Auf ein noch längeres und vor allen Dingen historisches Jubiläum blickt die Wiener Börse als Mittelpunkt des österreichischen Kapitalmarktes. 1771 von Maria Theresia gegründet, repräsentiert die Wiener Börse auch heute den österreichischen Kapitalmarkt. Sie vereinbart dabei nicht nur Tradition, sondern auch eine Vorreiterrolle als wichtiges Finanzzentrum und bedeutende Handelsplattform für Unternehmen und für Investoren. Die Zum Double Group, als eines der beiden börsennotierten Unternehmen aus dem starken Wirtschaftsstandort Vorarlberg, schätzt die Wiener Börse als wichtigen Partner und Anbieter einer essentiellen und hochmodernen Infrastruktur. Die wichtige Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung unserer Wirtschaft schafft. Zu ihrem 250-jährigen Jubiläum wünschen wir der Wiener Börse und all ihren Mitarbeitern alles Gute und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.